Mama, ich bin im Fernsehen! Ich find's bis jetzt ganz cool, oder? Wenn eine scheiß Mikro mal loslassen da, dass ich mir gescheit reinreden kann. Du bist jetzt beim ORF oder ATV? Darf ich das überhaupt sagen? ATV und ORF, gibt's das überhaupt? Super Reporter, super engagiert! Ihr taucht's mir! Ja, so auf! You can go like Damien, das ist the home key! Die Haare, das ist ja nicht wild, das ist ja organisiert! Jeder, wo du herkommst, egal! Der braucht nichts empfüllen! Wirklich nicht!